Hallo meine Freunde, ich bin Hermann und ich habe den maximalen Spaß. Hermann? Yes. Keiner macht mich mehr an. Ich komme aus Göttingen. Göttingen? Nein, nicht ganz, aber Goslar. Wie oft hat man 6 in der Woche? Jetzt hier gerade gar nicht, meine Freundin ist nicht hier. Wie oft hast du mit deiner Freundin? Fünf- bis sechsmal die Woche. Immer werktags quasi? Ja genau, weil es läuft bei mir. Läuft bei mir!